Mein Name ist Edin Osmanagic von der Firma Solidbau. Wir sind im Trockenbau-Innenausbau tätig seit 2012. Ich habe zwei Mitarbeiter und ich selber arbeite auch effektiv mit. Alle Zwischenwände bestehen aus Leichtbau und alle Zaren sind auch aus dem Trockenbaubereich, was im Trockenbau verwendet wird für die Metallständerwände. Flächemäßig haben wir hier 1200 Quadratmeter Wände und Schachtverkleidungen haben auch bis 60 Quadratmeter und knapp 100 Stahlzahlen sind eingebaut. Für die Studie benutze ich sie meistens für Aufmaß. Es geht sehr schnell. Man kann die Quadratmeter, Laufmeter sehr schnell bestimmen. Und es hat weitere einfache Funktionen, die einfach zu bedienen sind. Ich brauche zum Beispiel einen Zeisskunde. Ich brauche die Quadratmeterfläche. Ich habe dann einmal Laufmeter aufgelistet und einmal die Quadratmeter gezahlt. Der Kreuzlinienleser, der spart viel Zeit beim Anreisarbeiten. Beispiel eine Wohnanlage mit 20 Wohneinheiten hat man früher zu zweit 4 bis 5 Tage gebraucht anzureisen. Mit Leica Kreuzlinienleser schafft man zwei Mann die gleiche Arbeit und viel genauer in zwei Tagen. Beim Leica Kreuzlinienleser ist die Sichtbarkeit sehr gut. Bei Tageslichten ist durch, wenn man kleine Einfamilienhäuser zu machen hat, kann man rasch das Material ausmessen, was man braucht. Man hat nicht mehr lange mit Meterstab oder Maßband. Und vor allem bei der Endabrechnung hat man den Vorteil, man kann den Kunden ganz genau das berechnen, was man auch eingebaut hat. 1998 habe ich die Trockenbaulehre gemacht. Früher hat man die Winkelanreisarbeiten und alles selber ausmessen müssen. Ich habe es mit vielen verschiedenen Lesern geschafft, von der Konkurrenz. Dann bin ich zu Leica gekommen und es hat mich überzeugt. Aus persönlichen Gründen, es ist genau. Und es hat viele Vorteile oder was mir persönlich gefällt. Die Stellschraube, die hat keinen toten Raum. Also wirklich, wenn man auf Distanz nach links oder rechts korrigieren muss, passiert das oder funktioniert das einwandfrei. Bis zum nächsten Mal. Batman